aber nicht geschafft schade okay ich hole mir erst mal herz hätte ich da hoch gehen müssen wenn du gehst okay gute nacht schön dass ihr gewesen bist wir sind zu spät aber es ist nicht das problem ich gehe jetzt mal herzen nein und wieder ich glaube wir haben keine herzen werden kann das sein das sieht schon mal gut aus okay wir gehen hier rüber da hat nichts geklappt ob ich direkt in der kreuzung drin gewesen von den dingern das wird sehr schwierig jetzt war eben gut vor aber der raid hat mich echt gefreut dass ich gerade nicht so gut konnte jetzt gleich hälfte getiert was also denkt mit schaschliksoße schaschliksoße mag ich auch gerne wo alle ja das war nicht zu schaffen shit habe ich nicht geschafft okay aber diesmal jetzt habe ich so langsam so ein flow drin das kriegen wir schon hin neuer versuch ich mag die musik immer wenn er dadurch springt so ich gehe direkt mal zu den dingen die ganz dicht ganz unternehmen und nein ich habe das herz schon genommen das war ja dumm okay ein herz verschenkt 1 jetzt schon verloren aber wir sind noch ganz gut davor jetzt genau gucken dahin ich bin dahin gelaufen nein hätte ich mir sparen können unbedingt hoch was für part für das geschmack jetzt bist du sympathisch alles klar das war knapp aber wir haben es geschafft und das hat funktioniert der türkis wird sieht sehr nice aus okay das haben wir gehalten den wir auch noch mal raus aber ich nehme ihn noch nicht wobei das eigentlich auch unwichtig ist kann ich eigentlich nehmen okay den haben wir wieder daneben shit aber immer noch zwei direkt hoch so schnell wie möglich alles raus holen dass wir das auch gleich beim ersten versuch schaffen weg damit und wieder einer vier mütze endlich den durchbruch geschafft okay einmal noch leute dass das schon mal gut aus und wir haben noch drei leben jetzt müssen wir nur noch das hier überleben haben wir eine realistische chance jetzt so schnell wie möglich so viel wie möglich rausnehmen aber wir das doch beim ersten versuch schaffen auch krass wir haben es geschafft läuft pizza overgrillen weil es so flexibel ist leute wir haben es direkt geschafft ich dachte schon wir müssen noch mal da hoch aber wir konnten es so hinkriegen und dafür kriegen wir wieder super wohnen drei stück multimond krass endlich ist die sauer erledigt aber guckt euch das mal an hier wieder einfach läuft doch nicht so wieder einfach aussieht mega cool okay okay keppi und mario freuen sich der dietsch war abgehoben und ein multimond für dich erworgen schottlingen der drache war abgehoben ja aber wir haben ihn zurück auf den boden der tatsachen geholt schön leute was ein stream unser erster raid ein haufenweise subs und gifte subs dann werden hier einfach noch bits gespendet leute das ist echt ein hammer stream Tomioka ist wieder da was geht Tomioka du bist nicht mehr auf platz eins von den abos keppi ist da du hast die bisseite auf platz eins und der drachen mk oh ja nächste update das ist joshis lieblings essen oh ja genau das hatten wir schon bin nicht mehr eins im sub genau kvm067 hat einfach drauf gehauen so dann holen wir uns mal da hinten die münzeln dann haben wir doch schon was hat man die möglichkeit vip zu bekommen tatsächlich ist das schon da aber ich weiß noch nicht wie ich damit umgehen werde ist halt die sache also vip habe ich halt schon freigeschaltet 20 könnte ich machen was passiert als ich weg war eine ganze menge es sind subs gekommen es sind ist ein raid eben gekommen ist eine ganze menge aber war richtig cool hier ist für joshi noch mehr das heißt wir können mit joshi noch ein bisschen was erledigen hier weiß gar nicht da oben waren wir schon ne gehen wir mal ganz schnell hoch genau hier sind wir schon drinnen gewesen ok gönnjamin ist so waren zehntausend punkte erreicht lehm lässt auch nicht locker ne ok es geht weiter hey baller cat durch waluigi steigt die vip wahrscheinlichkeit um 99 prozent kappa das glaube ich weniger aber mal gucken ok wollen wir mal gucken wie wir da hinten hochkommen habe aber schon 999 mk alles klar läuft bei dir da wissen wir ja i can alles gut so ich will mal gucken wie wir da hinten hinkommen mal gucken ob hier auch so eine rakete ist oder durchgang oder was auch immer hat einer eine idee dazu ne 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 nicht mk 99.999 punkte einfach ok wie kommen wir da hoch was muss ich tun um dahin zu kommen hier ist schon wieder einen samen ok wo sollen wir den denn einpflanzen dazu habe ich noch keinen freund gesehen übrigens ein ist ja auch noch so ein ding da bin ich noch kann ich rein können wir direkt mal machen oder hoch kommen rein hier bin er hat 13 in coc rathaus 13 in clash of clans ist auch nicht schlecht das stimmt das auch gleich können wir auch mal zocken ne und der vogel hier leute da über den hat ja schon gesprochen jetzt haben wir ihn ok er wills wieder wissen oh man dein ernst das habe ich ja völlig vergessen ok wann kommt dieses auch hier her oder kann ich darüber ne ich kann nur hier bleiben ne kann ich nicht so komm her mr loverhead schildern was mache ich gleich schildern jetzt ich glaube ich habe unendlich gerade sehe ich auch schon ok das passt das perfekt ja ich weiß wie gesagt es wird noch alles mögliche kommen was hat er jetzt vor es wird noch alles kommen alles mögliche aber dazu kommt halt noch eine ankündigung offizieller bananen schiller klarten ja genau ja schon hierher geschildert hat das gesehen ok wir machen einfach kopfschmerzen da kommen wir jetzt hab dich jetzt nicht so ok ok das war super was wir gemacht haben im regen kannst du unendlich wasserkugeln ah ok wegen dem regen jetzt verstehe ich ok kann man tiefer gehen nein hat mess gebaut er muss tiefer gehen oh shit ich habe nicht aufgepasst aber wir hätten ihn fast gekriegt also er ist ziemlich einfach und ich der denn trotzdem raus fliegt nein spaß doch ok weiter geht's oh das sieht böse aus nachbarn ok weg damit ok weiter geht's ok king dummies am zocken so lauf nicht weg kollegische schuhe weiter gibt's eine dusche so das war nicht aber wir sind nah dran ok er geht wieder tiefer bleibt da stehen oh vogel ich sag du brauchst mal eine kopfwäsche ne ich müsste immer die rüber abkühlen alles klar was nach neun stunden nach welchen neun stunden brain lag warum geht's ich einfach mal so rum und es gibt den ganzen kram hier wer ist auf unserer höhe bloß weg hier und erst mal eine woche pause worum geht's leute da willst du nicht mehr tiefer gehen so wie jetzt zum beispiel genau er kann einfach weg gehen was soll das 1 das game hier wir haben ihn dort zweite mal getroffen jetzt schnell weg ok wir sehen uns die sind aber besser ok wir machen einfach unsere eigene party wir tanzen hier überall rum aber als sechs wochen ferien leute ich habe schon seit elf wochen oder so ferien vergesst das nicht mehr da kommt keiner rankommen und demnächst schon wieder weil ich ja wieder los muss zum nächsten ok ich freue mich schon aber du bleibst da unten lauf doch nicht weg wenn man seine glatze putzen die glatte so sauber dass wir uns gleich darin spiegeln können ja das war mies ich als der einzige der waluigi mag oh buttercat ich hab doch waluigi auch viel gefahren früher ich hab noch 5 wochen schule oh i can also ich werde die nächsten 8 wochen wahrscheinlich auch nicht arbeiten gehen wenn euch das beruhigt ok den nächsten boss geschafft wir hauen ja einfach die bosse nach dem anderen raus einen nach dem anderen wuhu ein multimon für dich revanche am blubberstrand balababub ok weiter gehts wir haben den penner da oben besiegt waluigi ist eigentlich nice so warum ist dann der zweite ach so das war nur zum rauskommen ok sag mal beim letzten mal da war aber nur die münzen drunter wobei beim letzten mal hat er ja auch einen mond unter sich gehabt ist das wieder der fall und ich habe ihn nicht gesehen ne tatsächlich diesmal nicht ok lass uns zusammen schwimmen oh da unten ist ne höhle und da gibt es nur drei münzen aber ok münzen sind münzen wann bin nicht mehr erst deine subs ja aber du bist ja erst dein bits alles ist gut für mich ok die frage ist wo wollen wir jetzt eigentlich hin ich habe keinen plan was wir als nächstes machen hm 5 stunden geschafft oh wir streamen 5 stunden Leute läuft das ist die münze schon wieder aber die hatten wir ja schon eigentlich bin ich es ist zu spät dafür und ich bin zu müde aber wir starten das nochmal ich erinnere mich an diesen ort aus würde mich ärgern jetzt ich werde jetzt befindet sich hier wenigstens noch einen mond ja mach sachen ok jetzt aber mit konzentratione so das ist schon mal gut ok weiter geht's ok weiter geht's und noch einer so jetzt gehen wir los oh man ich dachte ich kann mit dem springen was ist shit da so zum beispiel ok jetzt sind wir hier da hoch ist ja easy going hier ne ich weiß gar nicht was ihr habt leute so da wieder runter der wird uns gleich wieder in die schnauze hauen ok und ich hab's geschafft perfekte grande und schnell laufen wo ich oben noch einen kleinen puffer gleich das sieht auch schon mal gut aus nein oh nein ok weiter geht's was war das jetzt wieder hin ok neuer versuch ok das war nicht schlecht jetzt gehen wir mal weiter kommt hätten wir auch mal die münzen bin erstmal weg für heute war sehr unterhaltsam mit euch und bei bei gute nach auch schade kvl ganz gerne morgen wieder dabei sein wenn wir streamen und ich meins ernst war dabei ok bis ich sag mal morgen kvn ich bin wieder raus gerannt danke für deine ganzen subs übrigens noch vielen vielen dank wir sehen uns morgen kannst du gerne den stream laufen lassen aha nein spaß alles gut bis morgen so so zo yo gug sagt bye bye bis morgen gern geschehen alles klar gerne bis morgen und nicht gern geschehen das ist echt das hätte nicht sein müssen aber vielen vielen dank so schon weiter jawohl nein jetzt muss die bombe kommende einfach los kann man auch vorunter hier haben wir die gescript die werde uns gleich rasieren doch noch ein leben und den goofy score auch nicht nur die ob sony joshi jupiter kett wieso wo ist eigentlich mich holen oder zigaretten bei der cat weiß man ja nie ein plan der treu safe rum okay das war knapp ich dachte wir abgesprungen okay oh nein ich bin so dumm ich hasse das ne was ein level hier kennen wir vor allem auch mit also kvn hat vor allem mit hier bei abonniert sich gerade klasse sasse also der prime hat amazon prime kann auch gerne es hat so da lassen ich glaube die sind ja auch kostenlos denn so weiter geht's ja das haben wir zu jetzt ganz okay die bomben werden auch voll langsamer sobald sie hier sind so ist fühlt sich so an das war wieder ganz schlecht wo das war knapp aber haben wir noch gut geskippt so ich würde sagen dass wir versuchen das level noch zu ende und dann gehen wir auch langsam richtung stream ende wo sie möchte ach ja ich hatte die ganze zeit nicht geschafft das runter zu laden finden es tut mir auch mega leid ich werde das unbedingt machen unbedingt es tut mir echt leid was groß sie das hört oder wie auch immer ist tut mir mega leid ich mache das noch da gibt sie so viel mühe und ich kümmer mich nicht nur es kommt so rüber ich bin halt die ganze ich habe die ganze zu tun ich gebe gas ich mache ich habe die idee ich mache mir 100 account so man hat ja pro konto 30 tage für mich wenn das bei dir elf ja ist so eine witzige idee das hilft mir leider nicht also die werden ja alle nicht aktiv und dann denkt willst du okay die wollen alle gar nicht von ihm und dann hätte ich ein problem also macht das lieber nicht so weiter okay jetzt sind wir hier da wollte ich nicht hin wo kacke und jetzt nein ich bin so dumm ich war gerade da ich könnte morgen 245 bits reinhauen aber dann wäre johnny matt was wollen die sollte auch nicht es ist alles gut ist heute noch kein geld hier lassen für mich er hat schon so viel da gelassen 15 18 21 24 27 29 erst und 109 gibt's da was ist das für eine welt hier auf youtube ist das genauso das hat überall so leider aber es haben wir schon viele früher gemacht und wie gesagt die account sind ja auch nicht aktiv und dann denkt man sich naja gut die wollen sowieso hier nichts also die helfen mir überhaupt nicht davon ab da ich hatte klappt ich habe die straße voll wir suchen uns mal was anderes das machen wir und danach gehen wir denn ne hey wieder zurück wir suchen uns mal anders wenn ich bisschen fitter bin gibt's auch irgendwas im ernst wo ist käppi alle alle weggeschmissen wie bad spencer konzentration ist weg ja leider bin leider schon etwas durch aber es wird sich bald ändern wenn ich wieder den ganzen tag hier für zeit abnächtigen wir könnten da oben noch mal versuchen ranzukommen und joshie aber okay da waren wir noch nicht drin dann können wir noch mal hier im bosskampf holen er hier an ihn kann ich mich auch noch erinnern okay zu mir joker vielen dank dass dabei war so viel dank für eine subs die hätten nicht hätten sein müssen aber vielen vielen dank und auch danke für die bits die du gesendet hast vielen dank zu mir joker schönen abend noch gute nacht wochenend stream wird wild ist so wie ich eigentlich ja so war das stimmt wieso gehe ich eigentlich nur mit zwei leben hier rein oh man ist dein ernst das war gut schon so wie die faust die faust des schreckens mitten in die fresse nindies ne ich aber noch nicht hab noch nicht immer klar du hast den disco channel in das leben gerufen was ist dein ernst jetzt zwar nicht sagst du was nicht ich hab die gar nicht mehr gesehen warum sind die solche kann ich sein okay noch mal rein da wir versuchen es du spielst in mk nicht tot das reich alter baller kett opa das ist eine kleinigkeit mit discord was meinst du nach dass keine kleinigkeit bist du irre wieso spawnen die jetzt hier überall das ist doch fies leute das ist ja aber richtig mies wie soll ich das schaffen so also da habe ich jetzt kein plan wie ich wo misst also mario kann das ja schon mal nicht machen höchstens okay ich wollte da hinten durch aber es hat nicht geklappt aha das abusement was meinst du leben warum um es wegen dem spiel ich weiß einfach nicht was sie gerade los ist da palot noch mal sein affen hier nervt mich mega ich wollte eigentlich direkt die faust er hat sie aber selber ich komme ich da nicht ran muss anscheinend mit diamanten geben das gibt mir richtig auf die nerven mit den kleinen hier und noch mal jetzt aber so jetzt müssen wir zusehen dass wir das so schnell wie wirklich schaffen erstmal in die schnauze gehauen und jetzt aus dem weg gehen er schickt alles zu uns aber wir um meine ich hasse die aber dafür wäre halt gut wenn ich jetzt ohne controller spielen oder kann ich mal so keine herzen hier ich habe doch gerade nein ich wollte auch einfach nur mit der mütze es ist keine kleinigkeit sponnie auf jetzt in der gärtner be like das geht mir mega auf die nerven mit den kleinen ja ist so leute wie im kindergarten hier aber in dem mario kart spiel so meint das ok vielen dank dass du dabei gewesen bist war schön bis zum nächsten mal und dann hoffentlich auch zum mario kart ne hä achso ich hätte ok guck mich nicht so an ok bye bye schön dass sie hier was bis denn bis denn eine antenne jetzt mal sehen wie ich hier weiter agiere erst mal ausweichen erst mal ein bisschen rum jumpen ok wir nehmen einfach die andere faust aber das ist schwierig das noch zu schaffen das gerade weil ich jetzt ein zweites mal ok aber will trademark was da lassen aber trotzdem ach quatsch hör doch mal auf jetzt bauen ist alles in ordnung wirklich hey die giftzwerge sind wieder hier ich weiß noch nicht so recht wie und ob wir das schaffen und eigentlich jetzt kommt die scheiße ich hasse das jetzt müssen wir dafür sorgen ok jetzt kommt die diamanten ist mal runter die eisbrocken am besten wäre wenn ah nein jetzt kommt die genau da wo ich lauf verabschiede mich dann auch so langsam freude schön stream und schöne nacht noch an alle morgen wird mk aber getrihandet alles klar hey buttercutt hihw buttercutt hihw buttercutt hihw buttercutt viel spaß gute nacht schlaf gut und wir sehen uns morgen Du hörst mich und ich lese dich. Bis morgen. Gute Nacht. So, Leute. Jetzt will ich es aber schaffen. Denn Johnny wird langsam müde. Oh, Leute. Leck mich doch alle am Arsch. So, komm. Pack die Scheiße hier weg. So, mitten in die Schnauze. Nimm dies. Jawohl. Okay, jetzt kommen die Fäuste des Todes. Hat uns aber nicht erschreckt. Boah, Alter. Gerade eben mal so ein FPS. Habt ihr das gesehen? Wie verschwommen? Das ja auch noch so spawnen. Wie fies ist das denn eigentlich gerade? Verstehen ihr, wie ich das schaffen soll? Boah, ich hasse es. Okay, Leute.